Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dota Auto Chess. Ich bin diesmal nur Beifahrer denn Jasper ist wieder am Stahl und wird mal wieder ein bisschen spielen. Ich habe viel gelernt in den letzten Tagen und Wochen seit dem letzten Video und schauen wir mal ob er grobe Fehler macht oder nicht. Grobe Schnitzer. Also erst mal rechts oben Auto Combine kannst du anmachen. Aber das nimmt ja auch ein bisschen von der Spannung. Wieso solltest du denn Vorteile nicht nutzen, wenn es die in diesem Spiel gibt? Die extra implementiert wurden dafür. Ja na gut. Ja eigentlich würden wir jetzt um diese Uhrzeit streamen. Das war nämlich der eigentliche Plan. Aber Vodafone haben sich überlegt, kein Internet für dich bzw. kein Upload und haben das halt dementsprechend verhindert. Das ist sehr schade. Aber immerhin gibt es da für ein Video. Ich hoffe ihr habt da Spaß dran. 20 Jahren dürft ihr natürlich gerne Liked erlassen und schaut bei Jasper vorbei. Der ist unter dem Video-Schirm verlinkt. Ich vergesse, was ich sehr gerne tue. Warum vergisst du mich? Ich vergesse alles. Kein gutes Gedächtnis. Der Mars kriegt gar keinen Lifestyle, ne? Nein. Er hat ja keine Attacke. Ja. Kannst es aber dem Anti-Mage geben? Ja, macht das Sinn? Macht so oder so Sinn, weil er selbst Mask of Madness wäre auch gut. Weil er hat ja keine... Ja, das war. Genau. Er hat ja keine aktive Attacke, die er noch machen muss. Deswegen kann er ge-silenced werden und hat trotzdem seinen Mana Burn. Der Blightstone würde aber schon für den Mars gehen, oder? Ja. Der Defeat von Magik ist komplett. Ich glaube nicht, dass durch diese Rückkopplung, die er durch sein Schild hat, ich glaube nicht, dass es auf passive Attacke geht. Okay. Ich glaube nur auf aktive. Aktion. Der Dusk ist immer bereit für eine Finde. Also, to the target. Ne, ich glaube nicht, dass es bei ihm geht. War also, Warrior ist das jetzt erstmal dein Plan, jetzt? Naja, was heißt mein Plan, ne? Das ist das einzige, was ich bisher jetzt machen kann. Obwohl, ich habe letztens ein Video gemacht. Da war ich so bis Runde 16, so felsenfest davon überzeugt, dass ich halt den, äh... Ich glaube, das sollte so in Richtung God-Mages gehen, auch mit dem Mars. Und, äh, dass ich den God-Bus auch hatte. Das ist mir aber irgendwann aufgefallen. Ja, da steht ja noch der Ura. Auf Level 2,5 quasi. Das ist so, ah, fuck. Ja. Ich glaube, den habe ich dann aber auch noch irgendwo in dem Spiel bekommen. Also von daher, das ging ja noch. Wobei ja zum Beispiel, ähm, God-Bus auf Axe jetzt auch den Jungen nimmt. So cool ist. Ne, aber du brauchst vorne, also bei den God-Bus brauchst du einfach zwei, drei vorne hier rein. So dass, ähm, deine Backline mit, äh, mit Razor oder sonst irgendwas in der Richtung, dass sie attacken rauskriegen. Dadurch, dass du, wenn du nachher zwei hast, hast du instant ihre Attacken. Und dann müssen sie ja, sie müssen sie einfach nur von der Zeit her schaffen. Deswegen ist eine Crystal Man auch ein Must-Go bei den Gods. Mhm. Den musst du immer mit reinnehmen. Weil du sonst nicht genug Mana hast. Ja. Ja, sehe ich allen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob wir den Mars auch die ganze Zeit überhalten wollen. Ja, das ist ja egal. Du brauchst ja auch den Götter-Bonus jetzt nicht, weil du hast den Warrior-Bonus. So prinzipiell, er macht ja Sinn. Ja. Weil ich hier relativ gerne so Warrior und Orcs zusammen finde ich halt relativ stark. Mhm. Ich fahre sicher gegenseitig. Ich fahre sicher. Level 2 11. Ja, und dann. Aber jetzt nicht die Koppel, muss ich das mal schicken. Na, jetzt dann, danke. schade ich bin übrigens die ganze nebenbei aufs handy weil ich halt schauen muss von die störungen weg sind und ich habe vodafone getwittert und so also auch wieder so eine story für sich gestern gestern habe ich seit also seit monaten gefühlt nicht gemacht dass ich alles gespielt habe denn ich hatte gestern sturmfrei kann man so sagen und ich dachte mir okay dann ist es halt ein bisschen für zwei stunden und genau sie angefangen waren auch diese störungen nein diese störungen nicht an mir oder am internet direkt sondern an vodafone selbst und dann habe ich gestern auf deren seite so ein störungsportal ist das da kannst du denn deine adresse eingeben und so der sagt ihr denn was da für probleme ist oder so und vielleicht auch was behoben wurde kann und gestern stand da halt keine störung vorhanden ist ja super seite weißt du auch sturm punkt net oder so hast du da irgendwie 120 meldungen auf der vodafone selbst dann habe ich heute wieder getwittert weil seit das kollege war jetzt die ganze zeit da dass diese abnummern packt und so das finden nicht nur ich sondern das sind auch wieder andere leute die jetzt haben das hat auch schon gemeldet und ohne problem und dann hat der mich auf den stunden 24 stunden support oder twitter hat er mich auf diese seite gelockt und hat gesagt hier gehen wir da vorbeiguckt ja super so selbst selbst wenn da stehen würde das ist was bringt es mir denn ah ja ich hatte recht es gibt eine störung nice gut zu wissen habe ich glück gehabt also ich mich auch spielen ganze zeit darüber auf dabei sollte das ein sehr sehr cooler formel da werden ich baue hier währenddessen ein bisschen weiter als ganz gut also bis dato also für gott sieht das ganz gut aus die oga sind natürlich jetzt also wie wirst du dann halten können wenn wir bei gottan bleiben so spielen wir denn eigentlich in jedem spiel gegen wir hoffen denn es ist halt early game der feste noch mal aufhören ja und früher hoffen ist es nicht mehr ja und früher hoffen ist es nicht mehr ja und früher hoffen ist es nicht mehr nichts tot, alles nur aber nichts tot, außer Razor schafft es noch mal was zu tun was ist ein streak, äh, verlassen aber 90% und ich glaube bis jetzt nicht gewonnen also von daher, äh die scharfe sind wir ein bisschen unscharf, kann das sein? ok, wir sind nicht im fokus, zum besten auf jeden Fall aber ja, Entscheidung halt, ne? wie viel spiel zu werden? also, wenn ich mit götter gehe und da gibt es für mich keine andere strat tatsächlich ist es eigentlich maas mit zwei tanks vorne zum beispiel tusk und ähm und ex wobei auch juggernaut statt ex geht das ist dann aber kann auch irgendwie oder ähm weil natürlich mit seinem spitdance gut ist und mit seinem magic immun ist und dann dazu crystal maden, pakt und razer und dann ist es auch kannst du dann gegen pakt zum Beispiel austauschen am ende oder halt flip aber ich habe halt neko drin und für unbade eingeschmeißt und da bin ich auch dann oder so aber da kannst du ein bisschen variieren aber ansonsten also der test ist auf jeden fall zwei tanks mit maas plus crystal maiden und razer so das sind die must go chess pieces und dann hast du auch nicht mehr so viele möglichkeiten weil du musst halt aufpassen dass du nicht noch einen human reinbringen musst oder ne? also ich würde auf jeden fall immer neko mit reinnehmen weil er halt super schnell immer seinen heal und seinen dings da raushaut oh razer und tusk i at the dusk is always ready for a fight das war ein bisschen aufs gesicht gerade noch aber das ist halt bei der strategy auch komplett normal entweder du baust dir auf der bank und hast irgendwas andere vorne so meinetwegen max oder so dass du das ein bisschen halten kannst aber ansonsten ist das immer so dass du auf die fresse kriegst und dann wenn du am ende irgendwie level 8 wirst mit gefühl 20 hp und dann durch Glück den Zeus bekommst dann hast du gewonnen also gewonnen vielleicht nicht aber dann geht es halt richtig los weil du hast nochmal 50% cool im reduction das heißt razer macht ununterbrochen quasi seine Udi ist so nice aber Götterbonus ich gebe es doch nur einmal in der Effekt echt? du hast ah ok und dann nochmal 50% auf die 50% war das das war aber von Anfang an nicht so glaube ich ich bin nicht weniger das ist so wahr ja kann man ja mal hin vielleicht riecht mich auch vielleicht ist das gar nicht so aber doch da steht ja auch additional also da steht nochmal allahs health ja genau additional ja genau ich glaube von Anfang an war das nicht so aber ich kann mich erinnern ich glaube du wirst dich weil sonst wäre das nicht so viel Sinn machen dass du zwei Gefährdungen hast kannst du auch leveln wenn du willst ja wahrscheinlich weil es gibt jetzt nichts was du also witch doctor ist eigentlich auch mega nice also witch doctor ist eigentlich auch mega nice also ich würde ihn auch würde ich auch machen im zweiten razer wird natürlich auch wird natürlich auch möglich werden ich hätte ja ehrlich gesagt einen shadow shaman den witch doctor bevorzugt aus welchem Grund? naja einfach weil ich diese verzauberung besser empfinde als den stun durch die kugeln muss oder? ja gut aber da musst du jetzt überlegen zum Beispiel er wird hexen und dann hat er 5 Sekunden cooldown bis zum nächsten hexen wenn er jetzt die kugeln schmeißt ist die kugeln muss überwegs hat die Frauen sind auf level 1 oder so glaube ich und schmeißt dann direkt hier deine nächste du hast halt ununterbrochen die ganze Zeit zu mini instanz zum Beispiel gegen gegen leute die etwas casten das ist halt super nice du kannst die ganze Zeit lochen so dass du ihre Tacke nicht raushauen natürlich kannst du auch mit den hex also ich glaube dann musst du schauen was du am liebsten spielst oder so dann ist das auch dadurch dass ich halt ganz gerne schamanen zusammen mit orcs und somit warrior oder so also mit dem disruptor und dem shadow shaman zusammen weil zum Beispiel das in den kreeprund nachher ist das dann super einfach zum Beispiel dieser schwarzdrag der runde 35 aber das ist die kugeln ich glaube ich fast sogar noch besser als der hex also hex ist gut gegen single targets aber die kokosnuss wenn du zum beispiel gegen die fuhrbox kämpfst die stehen ja mal nebeneinander wenn du guckst schmerzt aber natürlich also ob du jetzt einlocken willst einen starken oder mehrere halt so mini logs ich glaube das ist halt ich glaube das ist jedem selbst überlassen was er halt besser findet oder lieber spielt du kannst ja auch das ist ja schön dabei du könntest jetzt beide kaufen und dann legst du sie auf die bank und wartest halt was zuerst auf level 2 hast zuerst ne weil das macht natürlich auch keinen Unterschied aber du bist gar nicht so schlecht unterwegs auch wenn du jetzt noch 86% dein Leben guck mal jetzt hast du dir die Stunts die ganze Zeit gehabt zwischen den Jungs da du kriegst doch die Falle oh das ist mask of maintenance auch antigenerstattest du? ja aber es getauscht den hast du gesehen ist aber nicht so gut also entweder also du kannst es in dieser Konstellation kannst du es nur Crystal Maiden geben mask of maintenance ach da razer den solltest du auf keinen Fall den Stab geben gib den Stab direkt Crystal Maiden oder so nicht dass du irgendwas falsch machst weil ihr kannst du den mask of maintenance geben das ist auch nicht so schlecht also ich meine wenn du hier zwei oder so gibt du hast sie nachher relativ sicher auf level 3 also wie kriegst du relativ sicher ja findest du also wenn ich Götter spiele und ich komme halt ins late game ist das eine ein chess piece was ich fast immer auf level 3 habe ok weil wer kauft sonst Christian Maiden du brauchst halt jemanden der Maiden spielt oder halt auch Götter aber das passiert relativ selten Mages von mir auch ja Mages von mir auch ja Mages von mir bei Götter musst du halt wirklich vorgelegt bekommen von dem Spiel ja wir haben alle ich glaube fast alle auf der Wettbewerse haben wir das jetzt gekriegt aber geht 81 Prozent und wir haben glaube ich zwei Spiele gewonnen also von einem also du bist über 10 Gold jetzt musst du halt bisschen aufpassen dass du nicht zu viel kaufst dass du mal schaust jetzt zum Beispiel würde ich überlegen die beiden Timmerzauce zu verkaufen ja wir hätten auch erstmal darüber diskutieren können bevor du das direkt muss weil du hättest ja auch zum Beispiel du hast du hast noch zwei Orks zwei unterschiedliche Orks auf der Bank du hättest dir ein Juggernaut verkaufen können hättest du 19 Gold gehabt und wenn du jetzt gewinnst dann hättest du 20 Gold gehabt hättest du die beiden Timmerzauce behalten können falls du nächste Runde noch einen kriegst hättest du ihn auf level 2 hättest du ihn austauschen können gegen irgendwas was du da stehen hast da musst du immer schauen du kannst du kannst ja den Plan machen bis zum Ende der Runde das heißt jetzt guckst du hättest du jetzt gewonnen ja oder nein wenn nicht okay dann verkaufst du halt die beiden Timmerzauce wenn ja dann verkaufst du den Schlaganowce ich verstehe dass du quasi die Entscheidung erst nach dem Ergebnis genau weil du hast ja eigentlich noch mehr Entscheidungen erreicht weil guck mal jetzt sieht schon sehr eindeutig dann aus dass du verlierst aber ich kippe buch mal da auch nicht in Arbeit halt diese ganzen Wards liakommen ne das ist in der God Survey die auch hart wenn du die Götter spielst mit Summon oh das ist richtig zwei fette Upgrades und zwar wenn du Lycan, Vino, Lone Duel, Furion wenn du die alle spielst mit Göttern das ist ekelhaft ich hab das selbst noch nicht gemacht weil auch das musst du natürlich irgendwie geschenkt kriegen aber das ist halt krass obwohl bei Lone Duel hat er nicht glaube ich standardmäßig ne Minute 60 dann 30 und 15 Sekunden mit Zeus ja stimmt also doppelt Götter Lone Duel das kann schon passen und Lycan? ja das ist aber ein weiß ich nicht müsste das hat bestimmt irgendjemand aber so ne ähnliche ach so stimmt er bei Lycan funktioniert das auch so nicht weil du nur einmal spawnst aber trotzdem hast du halt diesen Instant Spawn und dann hast du halt Pruvion noch dazu der halt immer wieder spawnt dann hast du ähm und Venomentor vor allem vor allem Venomentor ist halt insane das ist ärgerlich das ist irgendwie dein Schild äh wie viel Gold kriegst du 3? hast die ganze verloren? ja ne du hast einmal gewonnen ähm Venomentor ist halt der krasseste den habe ich auch manchmal drin also den habe ich statt Task manchmal drin weil der spawnt halt ich glaube alle zweieinhalb Sekunden also das ist halt krass jetzt kannst du natürlich erstmal den Shuttle Shaman kaufen du hast immer noch 30 Gold und kannst dann gucken was du zuerst auf der Level zahlst oder so ne das ist aber so schon nicht schlecht also du hast jetzt äh für den für Götter liegtst du gar nicht so übel potenzial auf jeden Fall ich glaube Crystal Man 2 wäre noch ganz wichtig weil ich glaube dein Razor schafft es schneller zu Ultilen als der Mana voll hat das ist das doppelte an Mana was du halt dann kriegst das ist das ganze Spielfeld ist Areas of Effect ist das das ganze Spielfeld das weiß ich glaube ich 800 ich glaube schon ich habe mir schon mal drüber geredet ich weiß ich kenne die ich weiß ich kenne die ich kenne die ich kenne die das jetzt Rampage und Zubbäckchen aber wir sagen wir sind auch das ist ganz cool aber ist auch nur so profetisch ne? ja ja das hat sich der wird dann auch schon los auf dem Spielfeld du kannst schon einen Kurier Unboxen glaube ich ja kannst du ja wenn du nächste Runde gemacht hast bevor dann was kommt dann kannst du einen Kurier mal Unboxen ich glaube ich habe 40 äh 40 Candies The dusk is always ready for a bite ich gucke mir das Rhinoceros let's go let's go Phoenix Orange nichts doppelt hab ich den schon? ja die Stunde ist mega blöd die habe ich auch verdammt kannst du auch mal was verkaufen never lucky unsere Spielchen hier schon fast die Runde 15 vergessen lassen ja hättest du auch verloren glaube ich sogar ja der wird auch nicht mehr verwendet also du müsstest jetzt überlegen auf den Dagger verkaufen sei noch ein Task oder ein Schöpfer oder ein Schöpfer wenn du denkst dass es sinnvoll ist aber ein Gold ist jetzt nicht essentiell für die Runden ähm vielleicht habe ich den Kurus noch ein bisschen zu machen oh yes hast du ein bisschen belastend deine Gutschgang 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 sind bei 70% das ist glaube ich in Ordnung ja das ist ganz gut wir sind übrigens 9605 ich bin eben gerade wegen dem Stream immer rausgeflogen beziehungsweise wir haben gar nicht richtig gespielt deswegen für den Rang falls wir am Ende erster werden wer weiß und dann nicht aufranken dann ist das lichts daran dass wir vorge-derankt sind wieder nix aber fast 50 Gold das ist schon ganz nice ja so 50 Gold in Runde 15 das ist auch mal so mein du könntest jetzt rein theoretisch den Jogger verkaufen einmal rerollen und dann mal gucken ob du noch eine Sache kaufen kannst weil dann bleibst du auf jeden Fall also das musst du wissen ob du das machen willst oder du bleibst auf 50 Gold oder so und dann in der nächste Runde ganz wie du willst aber du hast halt relativ Bezählchen deswegen das ist das auch was du halt machen kannst ja das hast du sowieso ja das hast du sowieso ähm ich glaube viele vernachlässigen die 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 das also es lohnt sich auf jeden fall also du kannst jetzt ein ex aber du hast jetzt erst mal hast du jetzt prozente mehr auf die es vierer das heißt du hast jetzt eine höhere wahrscheinlichkeit bessere unit zu kriegen was definitiv brauchst und du hast auf jeden fall da wir jetzt gerade auch gewonnen hat versuchst du natürlich deine willigstücke zu halten du hast nicht so viel leben verlieren und da verlierst du noch einen rollen das ist auf jeden fall das rentiert sich das ist das ist jetzt böse fokuslos macht er vielleicht noch ein bisschen was er haut jetzt nicht mal raus nope schade er dumm ist natürlich stark gegen dich aber es war das 6er warrior oder 9er das heißt dem dies raus aus dem task die mir also reingesetzt hast jetzt hast du den mensch bonus noch dazu optimal nix dabei aber ist gut also mit drei menschen macht auch schon jetzt auf jeden fall einen großen unterschied für den racer sofern er nicht gut wird aber spielst du auch nicht gegen das erstens glaube ich ne deswegen die luna ich glaube er wird ja er wird ja ja du brauchst halt den zweiter sind dein primärs ziehen jetzt natürlich auf der Welt zu kommen um halt reinzulacken für ähm für den zeus aber das ist auch das stadion du spielst wo du halt auf die fresse kriegst weil solange du halt du brauchst zwei racer level 2 das hilft schon viel ähm oder halt den zeus das ist das ist der task nochmal das ist auch das ist auch schön tank da am start das zum beispiel hätte ich auch noch nicht gemacht das mache ich auch das habe ich am Anfang immer gemacht du hast 49 gold du kriegst ja ein gold ja du kannst ja auch verlieren und das wird eventuell passieren und jetzt hättest du rein theoretisch dass du hast keinen vorteil gehabt durch jetzt xp zu kaufen gar keinen du hast kein level abgegangen und nichts das heißt jetzt hast du nur die hoffnung dass du gewinnst weil wenn du nicht gewinnst dann verlierst du ein gold ja ok ähm weil ich das habe ich auch immer gemacht so r9 auf 49 geklaut ja ich glaube diese ähm die aversion dagegen bei über 50 gold eine runde an ist halt doch noch ein bisschen hoch also wir nehmen vorher wieder 54 und dann dass ich sage ok bei 54 gold hoch zu gehen das ist so ein bisschen verschwendet aber ist es im endeffekt ja eigentlich absolut nicht ähm also ich bin teilweise auch 70 oder 80 gold macht ja keine unterschiede wenn ich leveln will dann level ich so du küsst halt leider nicht nur mehr Interest aber ja wenn du das machst du halt weniger das ist halt ne ja das erschöpfte schon mal level 2 musst du gucken ob du den jetzt erstmal draufsetzt ist wahrscheinlich dumm ob du den Wildstock jetzt behalten willst das ist deine Geschichte kannst ja mal gucken zack Reboot würde ich jetzt auch nicht tatsächlich weil du hast äh runde 20 und ähm das heißt die würdest du auf jeden Fall schaffen und dann musst du jetzt einfach mal gucken dass du also der Toys wäre halt wichtig dann mit level 8 oder halt ähm task auf level 3 oder pack auf level pack auf level 2 ist auch schon schlecht also vor allem weil der Kudan so ein bisschen beginnungslos wie Kugel macht ja Reckentechnik relativ stark ähm ich würde vielleicht noch überlegen auf die linker Seite an die Kinder auch so dass sie da ungefähr steht weil so haut sie quer das ganze Feld wenn sie da hinten steht dann spinnt sie heute nicht so ein bisschen rum weil sie erstmal attackieren muss ja ich würde ihn rein stellen ja damit er bei der call dann unterbricht ja auch angriffe für die von den anderen ok das ist ganz nice weil somit ich würde noch warten vielleicht sogar den maß geben aber warte sonst erstmal hast du da irgendwas hast du jemandem schon tanky items gegeben? ne ne? dem task 2 ja das ist auch nicht so wichtig das ist halt gucken können eher auf level 3 ist ja und dann aber ich würde den maß eigentlich von da auch aufkriegen ich bin schon irgendwie bekannt sollte der laser nochmal ja es wird besser jetzt musst du halt überlegen wenn ja wofür du musst natürlich auch klar darüber sein dass du jetzt 3 task noch kriegen musst 3 axis wobei du natürlich auch eine bank aufbauen kannst mit noch crystal mains mit razers oder so oder level zu auf damit du halt schnell den Zeus bekommst wenn du ihn bekommst kannst du was austauschen ja könntest du wohl eher genau also beides würdest du jetzt nochmal reroll würdest du jetzt nicht machen oh es kommt drauf an wie ich mich fühle aber ich würde es so nicht machen weil ich habe einfach kein potenzial weil selbst wenn ich jetzt ok wenn ich jetzt reroll würde ich könnte den Zeus bekommen das wäre natürlich insane da würde ich auch im gold verzichten aber wenn ich jetzt zum beispiel noch mit stock bekommen oder zwei stück oder so ja dann kaufe ich die habe ich ein gold weniger aber was mache ich dann so das bringt mir jetzt in diesem augenblick gerade keinen vorteil ja also es ist nicht so dass du immer sagst fast schon religiös auf 50 gold pro runde runter und das muss sein und das muss sein ne das mache ich gar nicht aber ich halte das aber auch für straight also für satz in der stelle ja also wenn ich wenn ich jetzt so casual spiele dann würde ich jetzt mal reroll ja dann würde ich auch unter 50 gold mal gehen oder so wenn ich jetzt ein turnier spielen würde dann würde ich mich straight daran halten keinen fehler zu machen und für mich wäre es empfehlen auf 57 runter zu rollen auf 52 weil ich etwas kaufen könnte was mich auf unter 50 bringt obwohl ich das nicht effiziell jetzt gerade brauche das klingt so ein bisschen wirr aber das ist jetzt perfekt du hast jetzt noch 60 gold jetzt zweimal auf xp gehen weißt du du hast jetzt über die hälfte schon wenn du guckst da sind noch nicht mal alle auf level 8 die anderen haben halt auch schon leben verloren so die liegen noch über 50 gold aber du bist halt vom xp her schon relativ weit wie weit die sind weißt du nicht aber die hoffnung ist natürlich dass die halt nicht auf level gehen sondern auf reroll natürlich könnte das in dem augenblick deren leuten einen vorteil geben vielleicht klauen sie dir auch sachen das ist natürlich auch immer das ding aber du hast einfach die höhere wahrscheinlichkeit dann sollst du zu bekommen und wenn du den hast dann würde ich überlegen was in der reroll zu gehen weil dann hast du erstmal jede unit und jetzt einmal die du brauchst der 10 ist halt ganz wichtig mit dem stop irgendwie noch aber ich habe gott schon ganz ganz häufig mit 0 9 oder sogar auch 8 jetzt musst du halt schauen du hast noch genug leben für die nächsten 2 3 runden wenn du jetzt nochmal so viel auf die fresse dann wird es eng rund 25 genau deswegen würde ich noch nicht machen so jetzt hast du guck mal nach wie viel xp okay das wäre nicht so das perfekt nächst ohne 28 da hast du einmal xp investieren und dann würde ich mir wollen also auf 9 würde ich denn erstmal schauen weil du hast jetzt auch vom level faktor her also von deinem leben her ist das schon kritisch weil wenn du jetzt nochmal gegen die 4 antrist dann bist du halt am arsch außer er pflicht vielleicht noch voraus gleich hast du das glück weil gegen die knights kommst du gerade irgendwie gar nicht an würdest du vor oder nach den geiern rerollen weil die round ist ja quasi free ich würde nicht unter 50 gold nehmen das auf jeden fall also bei den vögeln da solltest du auf jeden fall bei den vögeln das ist halt wieder hart aufzuhalten jetzt musst du schauen jetzt kriegst du wieder 12 damage oder so oh nein die sollte das ist gefährlich aber ok jetzt hast du die free round jetzt musst du erstmal keine panik haben du bist noch bei 10 hp und das ist ein easy comeback wenn du den zues bekommst ah das ist halt das ding du musst ihn bekommen so ähm so jetzt erstmal jetzt wie brauchst du einmal genau und da ist alles so einfach geht das spiel jetzt setzt ihn drauf perfekt jetzt hast du das ding du brauchst den packt gar nicht mehr das heißt kauft den razer genau du hast jetzt ein 3er match bonus und der pack ist absolut schlecht also erst level 1 und den brauchst du nicht den kannst du jetzt auch kannst auch verkaufen den wirst du nicht mehr den wirst du nicht mehr reinbringen selbst auf level 2 ist der razer auf level 1 noch besser das einzige was du jetzt gucken kannst zum beispiel wenn du einen crystal maiden 2 hast die crack reinzuschränken und den solltest du auch so hinstellen dass er vorne alles erwischen kann das heißt zentral in die zweite reihe einfach stone ist das nicht so denn das brauchst du genau der rein die christman einfach dahinter ist vollkommen okay ähm gut und jetzt musst du auch reronen das wird jetzt eng von der zeit her das wird jetzt eng von der zeit her brauchst du den task okay du bleibst über 40 über 44 gold kannst du kaufen auf jeden fall dann wollen wir hoffen dass du über die runde überlebst äh gibt es einfach den razer würde ich sagen das ist ja auch nicht vollständig dann das er schneller sein manack hat ein das dagegen gehen der 8 also einer ist gestorben und das ist das schöne in diesem late game alle die noch viel hp haben kriegen von ihm wenn er sucht am ende noch lebt kriegt er nochmal extra damage echt ja 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 das ist halt das ding ich hatte vor zwei oder drei runden heute morgen hatte ich gegen einen gespielt ja nekro den brauchst du verkauf dir den witch doctor da hatte ich von den in einer runde über 30 damage gekriegt ähm hmm ist wahrscheinlich besser oh yes baby verkauf dir christman ein und jetzt kannst du erstmal chillen du könntest natürlich jetzt re-rollen wenn du denkst dass es so knapp wird dass du halt nächste runde auf jeden fall alles kriegst so du kannst dein geld investieren du kannst natürlich jetzt auf level 10 gehen weil du hättest nächste runde für die rollt das ist der tier ja aber du hast diesmal den boost und du hast schneller cooldown wie der razor da am boost und das 10 damage ärgerlich das ist richtig ärgerlich aber das ist halt das ding du hättest jetzt zum beispiel das war der einzige glaube ich der dich der ist auch rausgeflogen diese runde das war der einzige der dich glaube ich töten konnte du hättest jetzt gegen jeden anderen hättest du glaube ich gewonnen der doom ist natürlich gefährlich aber du hattest also wenn er den razor gedoomt hätte wäre es auch ein bisschen kritisch geworden aber ansonsten war es war echt keine schlechte runde du hattest pech weil hättest du noch du hättest die runden davor schneller wir wollen müssen weil du hättest hast ex und den suchst ja sogar dass die ganzen hast du noch alle auf der hand gehabt es war jetzt klug auf jeden fall zu warten weil du hattest es zeitlich nicht mehr geschafft die 40 gold irgendwie auszugeben aber wenn du jetzt du hast jetzt gesehen du hattest jetzt wieder auf die fresse kriegt sagen wir du jetzt noch ein hp gehabt oder du wirst auf jeden fall verloren dann hättest du währenddessen schon gerollt obwohl du dann auf 4 gold verzichtet aber du musst halt Gas geben um das gold zu investieren um dann die chance zu haben überhaupt noch ins late game zu kommen du musst halt wissen wann du investierst du warst in der runde davor ein bisschen zu langsam einfach so weil du hast halt überlegt zum beispiel als du den was was der neko oder so ob du die witchdoktor verkaufst da hast du halt ein paar sekunden verschenken und dann wirst du wie verkaufe ich dafür jetzt oder wen nicht deswegen machen das ja auch viele dass sie alle aufs feld stellen und kaufen einfach und dann verkaufen sie am ende wenn es knapp wird einfach alles aber dafür musst du halt schnell sein du musst wissen was du was du verkaufen kannst und was nicht es war aber trotzdem keine schlechte runde auch wenn du jetzt in die achter oder siebter geworden ist war unlucky dass du gegen den vier gekämpft hast ich glaube vielleicht jetzt gegen den auto verloren vielleicht aber keine zehn damage aber ich glaube gegen jeden anderen hättest du hundertprozentig gewonnen ja so aber auch eine ordentliche runde das war auch eine ganz ordentliche runde gewesen wir sind alle noch so gut unterwegs irgendwie also von shadow feet auf drei mit dem auch zwei er ist nicht das schlechteste weil sein sein das ist ja schon lecker ich weiß nicht was er sonst noch hat wo er das gehen der ist es ok auf jeden fall das war glaube ich nicht beabsichtigt weil es hätte er hundertprozentig sein an die menschen müssen ja ich bin ja ich glaube erst nur stark weil er halt bei warlocks er hat drei warlocks und die dem ist das war es ja hat keinen anderen bonus nichts das hat level 7 aber doch kein gold ja er ist halt also hat gewünschte die ganze zeit kann funktionieren aber nicht in dieser konstellation glaube ich aber glaube ich dass die schaffen aber die ja wir gucken wir sind wahrscheinlich neid 4 oder so nach der runde mit haben wir sogar noch jetzt noch dem hin dazu okay er hat aber krasse items er jetzt maelstrom und wenn er eine hyperstone hat den du auch gehabt hast und das mit mask of madness noch dazu wäre schon ziemlich krass das gibt sonst kein hyperstone ja okay hat ihn das gegeben das ist echt gut noch mal tag der welt das ist ein level 2 hat er bleibt ja gut er hat nichts sonst also ja ihn pumpst du halt zu einer mit der tag er okay sein task hier das ist auch die du brauchst sieben plus toll und humans und biests das sind wir auch ganz ordentlich noch er hätte aber ihn rausnehmen können zum beispiel aber er hat ja 2 zwei tassen ach so stimmt ja dass man sich sind okay aber irgendwas sollte er rausnehmen irgendein warrior raus und für nager zum beispiel so dass er gegen magic damage ein bisschen immun ist oder halt einen anderen ja wahrscheinlich den mars ok aber wahrscheinlich ja gut obwohl auch kunker unglaublich vom bonus profitiert aber er hat aber grundsätzlich ja aber dann kannst du keine kristin und das ist halt du kriegst du brauchst als man das hat bereits am ende hast ja gesehen auf zu auf zu und wenn du da wenn du da keine kristin hast dann muss er erst mal attackieren zu dem zeitpunkt kommst du also du hast fünf mal die jungen auf dem schluss nehmen vor zwei kugel die es raus hat dass das so viel potenzial auf der bank halt hier gehabt wird es zwei level dreier vor einem geschenk zwei level drei vor einem du hattest noch im zweiten so es da stehen was halt auf level 13 noch mal sick erst jetzt auch raus hier sondern die beiden leute noch bei der wahl der 10 ist schon mal gut ein paar items hier verteilen sollte rox bis und er habe ja human box b also quasi genau das das was er auch hat oder war eben auch schon ja genau er hat jetzt den blies bonus aufgegeben ja aber es ist auf jeden fall gut alleine zeit hat das ist ein kugel sehr sehr gut steht aber ein bisschen falsch weil ich will mal gucken ob er gleich umstellen weil falls er verlieren soll dann wird es leider auch denn derzeit hat null da was zu suchen aber er hat seine ulti hat jetzt extrem spät erst mal verhauen und jetzt hatte er natürlich die chance da oh ist schon vorbei schade hatte er jetzt die chance quasi seine attacken rauszubringen äh ja night 3 sogar aber ist ok was bist du jetzt gerade äh night 7 glaube ich ach ok ok ähm ja gut war aber trotzdem keine schlechte runde aber wie gesagt war viel potenzial auf der bank das sind so meine gedankengänge gewesen vielleicht sind davon auch welche nicht richtig oder ihr oder du ähm siehst du es anders dann ist das aber so ja dann schreibt das gerne in die kommentare aber ähm ich möchte keine beleidigungen lesen ja die leute die beleidigen die stelle ich immer auf stumm die denken immer die schreiben immer noch aber jetzt kann keiner lesen ich sag's nur deswegen seid nett und seid lieb das war's mit der runde jasper hat gespielt jasper hat soweit glaube ich alles richtig gemacht das einzige was noch ist er muss noch schneller werden ich glaube das ist noch etwas was dann auch ich meine magic fingers ja äh vielen dank fürs zuschauen lasst ein like da und den kanal schaut doch bei jasper vorbei ähm da gibt es auch dota autochess und dann sehen wir uns die tage wieder morgen wahrscheinlich auf 1 tsch 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 tsch